Hallo ihr Lieben, was geht ab? Seid ganz herzlich willkommen zu diesem Ranked Game. Yes, wir kriegen sogar noch den Flash. Feels good. Leute, ich bin leider immer noch krank, erkältet und meine Stimme ist weg und mein Kopf ist zu. Aber ich will für euch Videos machen, deswegen nehmt es mir bitte nicht über. Ich gebe mein Bestes. Wir spielen ein Ranked Game mit einem Support, den ich langsam immer mehr am Markt. Ich habe erstmal, wie ist das überhaupt passiert? Ich habe ganz gerne Nautilus Support gespielt und habe festgestellt, dass die Tanks Engager eigentlich ganz cool sind gegen diese ganzen Mages. Es kann ärgerlich sein, gerade wenn man gegen Brent Morgana spielt, da kannst du eigentlich nicht wirklich engagen. Aber wenn du dann doch einmal an die rankommst, und das ist ein Vorteil gegen ein Team aus Grishis, sowas wie Leona zu haben, die dann roam kann, C10 kann, tanken kann, peelen kann. Und ich dachte mir, Leona, Miss Fortune ist sowieso eine sehr, sehr gute Kombination. Probieren wir das Ganze auch mal aus. Mit Level 6 haben wir Ulti, Ulti und let's go. Die Gegner pushen. Das heißt, der Gegner Schumassi muss beim Red Buff gestartet sein. Die wollen natürlich dann auch vor uns Level 2 machen. Der Pyke hat seine Egeskale. Das wissen wir, weil er hier vorn gedasht ist. Ja, ich glaube, das ist ein Miss Fortune. Macht das gut. Wechselt die Ziele für die passive und mit etwas Glück, Leute. Warte, kriegen wir vielleicht doch noch vorhin Level 2. Beziehungsweise zeitgleich, sag ich mal. Ja, jetzt. Wir müssen jetzt auch Level 2 werden. Gegen Pyke habe ich festgestellt, ist es nicht so cool. Müsste reichen, oder? Sorry, das ist eigentlich für ihn ziemlich unlustig. Aber, dass er dann auch noch geflasht hat. Es tut mir natürlich sehr leid für ihn. Ich bin sehr aggressiv reingegangen. Und wird bestraft. Ich bitte die Minions mal an. Da muss man aufpassen, dass man nicht aus Versehen hier jetzt schon Champion trifft, wenn du in den Tower Gefahr läufst, in den Tower reinzulaufen. Hier wird abgebrochen. Hier wird sowas von abgebrochen. Die Bates? Scheiße, meine Schäle brennt, Leute. Hä? Ich schwöre euch, dass es rankt, Leute. Das ist super rankt. Ah, hier ist es geworden. So sieht es also aus. Ja, die muss jetzt back gehen. Oder geht die back? Intuition ist total slow. Ich muss ihn eigentlich schon farm abhalten. Ah, Masi, kommt auch nochmal. Da bin ich raus. Ich bleibe trotzdem hier, um die Erfahrungen aufzusaugen. Denn sobald ich Level 6 bin, ist hier Ende Gelände. Alter, Leute. Mein Hals. Brennt nur leicht. Brennt nur leicht. Ähm. So, das machen wir nochmal. Schälen wir noch den. Ein Schädel 5. Ach, der war ein Kontrollwort. Pike ist in der Mitte. Master hier auch. Deswegen kann ich jetzt auch kurz mich hier einmal zurückziehen. Ähm. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob ich hier... Ich starte mal richtig ballsy mit dem Sheen, weil ich das Gefühl habe, dass wir ziemlich gute Damage plus One-Shots haben werden. Ah, ich muss bot. Graves pingt direkt meinen Sheen. Easy peasy. Sheen bringt mir nochmal extra Burst für meinen Q, für meinen Stunt, für meine Ult. Und so können Miss Forge und ich vielleicht jetzt weiter Snowballen. Und weil ich wirklich als Supporter bei Minute 6 so viel Gold hatte, will ich das Ganze einfach mal so nutzen. Ich glaube, ich halte mich hier noch ein bisschen bedeckt. Damit Pike sich vielleicht hier ein bisschen sicherer fühlt. Aber hier ist schon wieder gewordet, dass er so wieder zurücklaufen. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Master hier vielleicht noch ein paar Games ansetzen wird. Ein kleines Babysit. Jetzt haben wir mal den Salat. Jetzt bin ich mal zuerst reingegangen. Und das ist wirklich etwas, das habe ich gegen Kai gelernt. Wenn man zuerst reingegangen geht, geht man oft schlecht aus dem Trade raus. Wenn man aber quasi reaktiv gegen ihn spielt, das ist eigentlich eine Stärke von ihm. aber... Keine Chance. Pike Dash weg. Auch noch so ein Ding. Pike hat seinen fetten Dash. Ich bin leider nicht Level 6 geworden. Ich wäre es aber geworden, ähm... Ich werde es jetzt... Ich habe meine E sogar eingesetzt, Graves. Aber beide haben gedashed. Nein. Alles auf Pike gefeuert mit meinem Sheen. Da war Damage auf jeden Fall im Haus. und das habe ich gemacht leute der lucien war komplett verunsichert weil ich die ganze zeit vorne stand mit meinem level 5 dadurch habe ich mir das fortune pike erstmal im 1v1 gelassen das ganze durch folgenden grund ich brauchte unbedingt dringend noch ein einzigen minion um level 6 zu erreichen und deswegen ich schreibe auch mal gut mf dann freut ihr sich vielleicht eisbogen gauntlet aggressives item auf leone die abklingzeit natürlich das cool gefällt mir für für meine ultimate alleine schon 04 pike missforge mit dem dustblade es gibt mir auch rüstung also so ein kleiner nebenfaktor dadurch dass ich mein support item nicht verbessere muss ich jetzt hier so genug gewarnt die banausen pike mit wenn ich sie noch rechtzeitig hin schaffe ok isn't flash meine ulti ist leider schwierig direkt auf lucien zu treffen wenn du den ea treffst keine sicht auf den banausen deswegen heilt er sich jetzt richtig hoch guckt euch das an wie er sich hochgehaltet ja tower habe ich gut getankt ok ich hab den tower geklatscht oh leute ist es mein internet ist es riot games don't do this to me ich weiß nicht was los ist mein ping wäre eigentlich sonst in die höhe geschehen das ist das müssen die real server sein nein 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 es läuft gerade so gut ey ähm lol server ok angeblich jetzt geht es wieder da fu es gab scheinbar eine störung leute die freude die ich bisher eingesammt habe mit diesem game ist aber ganz schnell verblasst ey da sah ich wahrscheinlich noch blasser am gesicht außer als der wohin schön aussehen ok wie sieht es eigentlich aus wir dürfen nicht wir müssen aufpassen dass der marcee nicht zu dick wird er hat bereits vier kills und auch dafür eignet sich mein pick eigentlich sehr gut oi 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 ich muss sofort schon machen das doppelt geil also sobald marcee halt da kommt werde ich ihn einfach stunden oder neck dann sollte er dasselbe tun und dann passt das auch ich glaube wir können instant den lucien wieder killen aber er war schon so was man im shop der scrub der ist gar nicht so Leute was ist hier los manche rank games hast das gefühl das ist das schreie hartes todes und dann hast du manchmal solche gegner wo du dir denkst ey du das ist ein rank game Denkt daran. Okay, Marseille ist da oben. Ich habe meine Iceborne Gauntlet ready. Was ich noch mache, ist Schnee hier in Kontrollroll setzen. Da ist sogar noch einer. Guckt euch das an. Defensive. Pike ist oben. Ob Lusche nochmal wiederkommt? Ich glaube, der steht hier, der Lusche. Nächster Turm, der uns gehört. Eieiei, Miss Fortune, 7-2. Feels good. Das ist eine gute Idee. Lass uns die Toplane holen. MR Boots, 5er Boots, 3er Boots. Ich glaube, ich nehme mal die 5er Boots, weil ich ganz gerne mal um die Dinge herumgelaufen bin in diesem Spiel. Werde ich wahrscheinlich noch öfter machen. So wie hier jetzt zum Beispiel, wenn ich hier diesen Circle genommen habe. Renne, throw, bot, renne. Mal kurz angesagt. Ich weiß nicht Leute, was haltet ihr von dem ganzen Gedöns? Das ist ja jetzt irgendwie keine... Oh! Boah! Nächster Turm ist noch nicht bot, aber Graves übernimmt das. Schade! 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 Ich wollte sagen, sorry, wenn du vorst, ist mein Rote nicht genau mit Zars. Ich bin dann nicht ganz auf dem... getroffen. Okay. Don't share then. It's okay. Finden wir Schuhe aktiviert. Dann haben wir alles warden. Dann muss ich aufpassen. Jawoll! Der Bait! Nein! Das kann nicht sein! Es hat funktioniert! Es hat funktioniert! Dieser Bait! Erst hat der Pike ja eigentlich nicht reingebaitet. Na, ich geh nochmal hin. Oh, die haben ja nicht gewordelt. Interessant. Und dann konnte ich überleben mit der Miss Fortune Ulti. Und dann habe ich schon mal den Herald. Ist auch ganz geil, wenn man schon so krass erhärt ist, damit den Herald zu nehmen. Das kann einen sehr frühen... ...den Ghibitor sichern. Ich habe den Herald eingesammelt. Alles cool. Schnell die Knopfspinne mit den Herald zu unterstützen. Schnell die Knopfspinne mit den Herald zu unterstützen. Ich versuche hier den Tower einzupushen. Vielleicht noch ein Schienen-Auto-Attack. Da geht's! Nein! Oh, warte, ich lebe noch! Nein! Der ist sehr tot. Für welchen Preis? Es ist ein Early GG. Für mich ist das immer cool. Kann ich auch kurz oder Schock mitим De planes von Fortune, ist traurig, das macht dann irgendwie gut also weil die um einen Bivert zeige ich mal nette Gäste das ist Inhibitor Nummer 3 Leute, 5 Minuten 18 das ist auch ganz geil, dass die Statistik von Master Yi damit ein bisschen runter geht der Nektor wird rangezogen ich habe jetzt ein Righteous Loyal gebaut ich hätte auch noch viel Looters da bauen können ich hoffe es hat euch gefallen Leute nur falls ich jetzt denke dran, ein Video am Tag weil ich erkältet bin ich gebe mein Bestes und versuche dann wieder aufzustocken bleibt für eure Zeit ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen ich wünsche euch einen schönen Tag, Gott heim macht's gut